Leute, wir sind wieder zurück, gleich live dabei, wieder mit Gooden und mir bei Origin Dino Horde. Ich soll mir was kaufen, hast du gesagt? Ähm, für 7000 bei den Prime-Waffen, bei den... Die Sliper, die hat 600 Damage. Irgendwas hat 600 Damage da, die würde ich mir holen. 600 Damage, Secondary, Pistols, 325 Damage. Eine Pistol, Adrenalin, okay, das ist irgendwas unvalidated, Alter. Hey, nein, das ist... Wo bin ich jetzt ges... Der ist rausgegangen. Nein! Die Welle kommt. Ja, super. Ich hab nur die normale Waffe. Warte, da liegt eine. Weiß noch nicht, was für eine Waffe das ist. Welche besser ist, keine Ahnung. Da kommen nur welche. Ein Haufen schon. Wir sind verloren. Nein, ich hab Granate hergeworfen. Oh, bin ich tot? Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ich hab mich selber in die Logo gespürt. Doch, squirt, end of the game. Halt noch einer kommt gerade. Mann. Hm. Doch, 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 doch. Wenn dieses scheiß kleine Ding nicht so schnell laufen würde. Ja! Help. Nein. Bist du, der... Komm. Haha. Ist gut. Der Typ ist genial. Ja. Wie kann man jetzt nochmal wechseln? Wieso kann ich jetzt nicht wechseln? Oh, ich kann fliegen. Wo ist denn der Typ jetzt? Weiß ich nicht. Wie heißt der? Äh, B-Volumen. Oben siehst du das. Okay, der ist jetzt auch tot. Ja. Ja, leider verloren. Das war's leider. Ich würde sagen, eine Runde machen wir jetzt noch. Das könnte sich in der Zeit gut ausgehen. Ja. Und der war Level 12 schon, der Rollscroll. Da waren wir eigentlich, sind eh wir scheiße. Ja. Du hast 65 Kills wieder. Ah, ich bin so, ich hab wieder so richtig... Ich hab wieder einen richtigen Lauf. Es macht so fun, das Spiel. Es macht schon Bock, ja. Wir müssen nachher mal einen anderen Modus spielen. Vielleicht. Ich mach wieder Isolde, oder? Ja, Isolde war jetzt eigentlich eine beliebte Strategie, die lief durch. Problemlos. Wieder gewohnte, äh, Strategie, würde ich sagen, mit Geld tauschen. Würde ich fast sagen, ja. Ja, das lief eigentlich immer ganz gut. Halt, wenn man stirbt, ist das Problem halt, dass da... Okay, jetzt sind wir jetzt zu viert. Ja. Jetzt wird's lustig. Jetzt frag ich, ob dann auch mehr Zommen, äh, mehr Viecher kommen, wenn man zu viert ist. Na, glaub ich nicht. Könnte ich mir schon vorstellen, weil vorhin das waren echt viele. Kann ich echt erwähnen? Ja. Ja, oder? So, ob ich spannend. Aber für 5000, die Wumme, die war auch nicht schlecht. Die hat so ein richtiges Zielfernrohr. Wir könnten aber mit Startkapital anders anfangen. Nicht, dass wir nicht nur mit 1000 anfangen, sondern dass wir am Anfang gleich ein bisschen mehr haben. Ist halt dann wieder ein bisschen fad und langweilig vielleicht, aber... Ja, muss man sich nicht mehr so ersparen, ja. Weil das blöd ist, wenn du stirbst, halt in einer Runde, weil der Typ schreibt. Weiß ich auch nicht, wie man zurückschreibt. T. Mit was für einer Taste? T. Und dann eingeben, Enter. E. Paula? Du hast es gerade kurz Voice Chat an, glaub ich. Oh, keine Ahnung, was für eine Taste bei mir das hieß. Was machst du mir? Ja, spielen. Äh, offen, schreib ihm, äh, Recording this game. Wir sind Let's Player. Oh, Granate von dir? Ne, von denen. Achso. Oh, wo ist der Typ, wo ist der Typ, wo ist er, wo sind die? Der Lol, äh, Lol Scroll, der ist irgendwo dort oben. Du hast jetzt kein Fahrzeug holt. Ne. Ich weiß noch gar nicht, wo das hier ist. Der hätte es suchen müssen. Ah, zu zweit sind wir schon gut. Ja. Ah, da, der Lol, der hat eins. Wo ich mir auch eins. Willst du Geld haben? Ne. 1900 hab ich nur. Na, zu sparen war erstmal. Es macht so richtig. Alter! Was ist? Ich hab mich ein bisschen weiter rausgetraut, weil, weil ich aus der Richtung, äh, kommen wollte. Ich wollte mal bei, aus der Richtung gucken, wo der mit dem Fahrzeug ja kam. Okay. Und, äh, da kam gerade ein ganzes Rohr da an. Hast du das hingemacht, oder was? Ja. War aber knapp. Und ich muss jetzt erstmal das Fahrzeug suchen. Ja, es kommt ja jetzt gleich die nächste Runde halt. Das Beschissene ist, wenn ich jetzt irgendwo alleine irgendwo auf der Map bin und die Welle kommt, ist auch blöd. Glaub ich. Ja, ich glaub, du bist ja viel zu weit weg. Ja. Ich bin falsch. Ich weiß nicht, warum ich jetzt nicht schreiben kann. Ich weiß nicht, was ich da für eine... ...Laste drücken muss. Need Backup, Exit 0. Okay, jetzt startet die Welle. Ich hab, ich hab ein Fahrzeug. Gerade gefunden. Das ist mit einem MG, oder? Nee, das andere zum Schieben, aber das, das nehm ich wie so lieber, weil das meine Taktik ist. Äh, ich kann nicht fahren. Einfach rüberfahren. Mit dem Boost, den kannst du mal ausprobieren, oder? Kennst du den eh schon. Äh, mit Shift, oder? Ja. Aber damit halt noch nie jemanden überfahren mit Boost. Alter. Irgendwie hat das grad übelst gewackt, die Lenkung. Und dann bin ich grad mit 500 gegen irgendwas gefahren. Ich hab 2700. Ah, mit der T-Taste schreibt man. T, ja, sag ich doch die ganze Zeit. Ich hab verstanden B. Ah. Ah, wo bist denn du? Ja, hier bei dir. Willst du Waffen? 3000 hätte ich. Ich hätte 2000. Nein, ich bin mit dem Fahrzeug zufrieden. Was hast du? Willst du das Geld? Nein, dann machen wir nächste Runde lieber Wechsel. Okay. Mal schauen, wie lange wir überleben. Ja. Ah, der Odd XX Flow XX ist grad gejoint. Das ist ein Zuseher von mir. Der hat mich auf Steam jetzt. Oder er ist schon ein bisschen länger. Das ist ein DZ-Zuseher. Der hat sich das jetzt auch heute runtergelegt und gecladen, weil er mich gefragt hat, wie es ist. Vorher wahrscheinlich bei mir auch noch angeschaut. So kriegt man halt auch Leute zusammen, nachher, wenn du da in der Freundesliste hast. Ja. Danke. Ich hab kurz die Kupplung kommen lassen. Ich hab kurz die Kupplung kommen lassen. Ich hab's gesehen, wie du vorbeigeschossen bist. So, zwei Sekunden nach und siehst du schon. Äh, ich bin zurück, was? Ich bin irgendwie zurückteleportiert und komplett weit. Keine Ahnung. What hillmachar? Okay. Keine Ahnung. Wo sind die? Wo bleiben die? Ich hab's so ein paar schon tot gemacht, so 5, 6. Oh, da ist er! Oh, danke. Das ist so lustig. Wenn die Leute fahren einfach nur mit den Autos. Der eine macht alles platt. Ich kann keinen einzigen Schuss. Ach, Arsch. Haben wir jetzt alle? Hinter dir. Da sind ein paar kleiner. Da ist ein kleiner. Ja. Nicht mehr. Das war's, oder? Ja. Äh. Soll ich mal um 4000? Ich geb dir was. Und du was? Hinter dir. Mal, jetzt haben die meinen Kasten. Arsch. 7000 hab ich jetzt. Geht schwind was kaufen und dann... Oder die dicke Wurme. Die dickste, die es gibt. Ja, um 7000 halt. Oder die für 5. Die war auch gut. Die ich immer hatte. Ich hoffe, ich kann mir dann mal kommen da jetzt rein zum Kaufen. Schnell. Boah, der hat sein Fahrzeug übelst kaputt gemacht, weißt du? Und ich... Ich kauf um 7000 die Sniper. Ich probier den mal aus. Boah, die Sniper... Das ist wirklich eine Sniper. Das Visier. So, wo seid ihr? Geh mal auf einmal her zum Object, oder? Oder geh mal zum Object. Okay. Wo bist du, Guten? Ähm. Beim Weapon-Gedönsel. Ach so. Du bist noch dort hinten. Oh fuck, ich brenne. To the Object, bitches. Ja, genau. Halt die Fresse einfach nur, wenn du keine Ahnung hast, was wir machen. Ich geb mal kurz Knallgas. One large dino, one expawning more dinos. Okay. Ähm. Ja. Ich bin da jetzt am Weg hin. Object. Ah, hier ist ein fettes Teil. Da sind sie jetzt beide gestorben. Der ist voll reingefahren mit dem Auto, oder? Ich bin voll reingefahren. Ach so, du bist gefahren. Ja. Ja, ich hab das kaputte... Er hat mein... Ich wollte dir das Geld geben. Er hat dann mein gutes Auto genommen. Mit 100% fast. Also, was noch richtig viel Leben hatte. Und hat dann mir seins mit irgendwie... Was quasi schon kaputt war, gegeben. Und damit bin ich dann nur hier hingefahren. Hab hier ziemlich viele Monster weggeschoben. Ist noch einer gestorben? Wer ist jetzt gestorben? Ich bin gestorben. Der hat nur zwei Lebenspunkte abgezogen gehabt. Obwohl ich da zwei, drei Magazine drauf geballert hab. Wer war da in unserem Channel hier drinnen? Hä? Wer war in unserem Channel hier drinnen? In welchen? Du bist disconnected. Ah, ich bin ja auf dem anderen Server auch noch. Ach so. Deswegen höre ich das die ganze Zeit. So, ich habe ja die wahnsinnig Wumme. Ich brauche... Ich muss... Ich kann ja snipern und alles. Ja, dann... Dann mach auch. Ja, mach ich eh. Nicht so einfach. Ich warte auf die nächste Runde. Nein, beim Nahkampf benutzen ist halt nett das wahre. Richtig. Wo ist der... Wo ist der... Hier oben. Ja, gewisse. Links. Bin über euch. Schon krass, das Spiel. Mhm. Ich kann grad gar nicht viel reden, weil ich mich da so... Ah, nein. Der hat mich... Bin tot. Nein, tot nicht, aber... Wo ist der ein Kleiner? Ist der kein Kleiner? Weil ihm bringt es nichts, wenn ich abschieße. Weil man muss einen töten, dass man wiederbelebt wird. Und ich glaube nicht, dass ich ihn schaffe in der Zeit. Nein, nein, niemals, da hab ich auch schon ein paar Magazine reingehauen. Er hat zwar nicht mehr viel, aber... Ah, scheiße. Wie schaut's noch aus, wo... Wer ist denn jetzt noch da? Also... Und wie kommen wir jetzt in das fliegend? Also, wenn man lang drauf bleibt. Schiff drücken, einmal. Nein, lange leer, dass der geht auch. Ja. Wahrscheinlich geht ganz viel. Darfst du die das noch, oder? Die haben den Tod. Also, der Flur ist alleine dort. Aber der schafft die. Ja, das ist nicht mehr so viel, weil der Große tot ist. Ja. Bei den Großen hab ich ziemlich runtergemacht mit der Waffe. Letztendlich, glaube ich, hat sich meine Waffe genommen. Mann. Oh, der ist auch schon am sterben. Mhm. Ich hoffe, kann einer da schießen. Jetzt ist er fast tot. Der muss den treffen. Ah, nein. Ist vorbei. Ach, Manu. So... Ah, wieder... Wiederbelebt. Ja, keine Ahnung, was es jetzt war. Nice. Äh, wie viel Geld hast du? Äh, keine 1000. Ich hab 2700. Ich weiß nicht, ob ich mal Waffe kaufen soll. Äh, ich hab noch die Startwaffe. Ich hab, glaub ich hab eine Pistole, eine bessere. Äh, ich muss wohl sparen. Ich bräuchte jetzt halt so 5000. Ich hab mir jetzt einen Revolver gekauft. Irgendwer ist gestorben, also der Flo. Aber er startet ja als der nächste W-Finan. Ja, ja, der hat sich mit ihm was angelegt, hier. Jetzt hat er Waffe mit 325 Schaden. Revolver. Hä? Ich hab eh wie nen komischen Revolver. Der Dauerfeuer, so richtig. Ist ja urlangsam vom Schießen hier, meiner, aber... Boah, ich hab's Fad Person gefunden. F1. F1, das ist so hässlich. Danke. Boah, ist das hässlich, wenn du so spielst. F1? Ja. Oh, mein Gott, der Kammer überhaupt. Ja, das ist schwer, so in Fürth Bösen. So, wo sind die Gegner? Gar keine. Ja, komm, da müssen Gegner kommen. Ja, kommen welche. Meine Waffe ist so extrem. Ich hab zwar wenig Schuss jetzt. Hinter. Aber auf... Hinter... Ach so, das wirst gar nicht du, das ist unser Teamkollege, den ich gerade verantworten. Und Level 4. Oh, mein Gott. Alter! Ich bin gleich tot. Klar, immer der Große, ne? Der muss einen dann Down machen. Den man selber nicht aus eigener Kraft schaffen kann. Ich bin schon wieder tot, oder was? Ach nein, es ist kein Slow-Mo, oder? Ich glaube, es sind fast alle tot. Nein, das leben alle. Alter, es lebt der Flo und ich. So, wir machen jetzt in dem Bad ein bisschen Überlänge, oder? Oder bei der Hunde noch? Würde ich sagen. Weil sonst... Außer wir machen denen noch eine neue Wave, dann würde ich sagen, dass wir es trotzdem beenden. Also ich hab 2400 Credits jetzt. Ja, ist wurscht, dann beenden wir kurz den Bad und machen noch einen, oder? Ja, okay. Passt. Ciao, Leute.